Wie gesagt, die Olle hier ist ausgerastet, ja, die hat wie eine Wahnsinnige mit ihren dämlichen Botten, hat die gegen die Einkaufstaschen getreten. Ich hätte gesagt, nehmen Sie die mal mit, überprüfen Sie die mal, ob die irgendwelche Drogen genommen hat oder ob sie ihren gesoffen hat oder ob sie irgendwie nicht mal Herr ihrer Sinne ist, ja. Auf alle Fälle hat die alte Schatheke, hat die ein Aggressionsproblem, das muss ja wohl so sein, ja. Ja, ansonsten werde ich nicht übergriffig und vergreife mich an dem Eigentum fremder Leute. Hätte ja auch sein können, dass sie da in dem Einkaufsbeutel eine Dose Quark erwischt oder eine Pulle zertritt. Mann, 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 die Alte ist so krank, so krank, wie kann man so krank sein? Ja, und so was haust hier, so was muss hier raus aus dem Bezirk, ins Pflegeheim, so was gehört ins Pflegeheim, ins Pflegeschäft. Ja, so Leute, also unzurechnungsfähig die Rolle, gemeingefährlich und kriminell.